Ich finde es wundervoll und ich sage es, Nena, okay? Hör zu, warum gehen wir nicht nach oben und machen heiße Milch für dich? Heiße Milch, das wäre gut. Ich weiß noch, wie ich Tom heiße Milch gemacht habe. Ja, das wäre gut. Etwas heiße Milch. Heiße Milch. Thomas kommt nach Hause. Oh, da ist es ja. Was? Mein schwarzes Nachthemd. Ich dachte, es wäre weg. Was macht sie denn hier? Willkommen zu Hause, Nena. Ich habe deine Mutter heiße Milch gemacht. Entzückend. Daddy, der macht dein Gewissen zu schaffen. Oder ist es vielleicht meinetwegen. Thomas kommt bald nach Hause.